Es gibt vier wichtige Arten und Anlaufstellen für die staatliche Förderung von energetischen Maßnahmen. Die KfW, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Förderstellen auf Landes- und kommunaler Ebene und zuletzt natürlich auch attraktive Steuervorteile. Bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, gibt es eine Reihe an Förderkrediten extra für Leute, die ihr Haus und ihre Energieversorgung nachhaltig errichten. Das Besondere an diesen Krediten ist der günstige Zinssatz und die vorteilhafte Rückzahlung. Teilweise müsst ihr nämlich zu Beginn nur die Zinsen zahlen. Das nennt sich dann tilgungsfreie Zeit. Folgende Maßnahmen werden gefördert. Zum einen die Nutzung einer Photovoltaikanlage oder andere Arten der nachhaltigen Stromerzeugung durch Wasser, Wind oder Biogas. Hier liegt der Zinssatz aktuell bei 4,33% und es ist eine tilgungsfreie Zeit möglich. Weiterhin wird der Bau oder Kauf eines energieeffizienten Hauses oder die komplette Sanierung eines bestehenden Hauses zu einem Haus mit besserer Effizienzhausstufe gefördert. Baut ihr das Haus neu, dann muss für den Förderkredit mindestens die Effizienzhausstufe 40 erreicht werden. Beim Effizienzhaus handelt es sich um einen technischen Standard, an dem sich die Förderung orientiert. Er spiegelt wieder, wie energieeffizient ein Haus im Vergleich zu einem Referenzhaus ist. Je kleiner die Zahl, desto effizienter ist das Haus und desto höher die Förderung. Eine genauere Erklärung findet ihr unter diesem Link. Wollt ihr euer Haus oder eure Wohnung in ein Energieeffizienzhaus umbauen, dann könnt ihr zum Beispiel die Dämmung von Dach oder Fassade verbessern, die Fenster oder Heizung erneuern oder eine Photovoltaikanlage einbauen. Für solche Umbaumaßnahmen könnt ihr auch einen Energieeffizienz-Experten hinzuziehen, dann bekommt ihr sogar 50% der Kosten für diese Expertenbegleitung erstattet. Den Förderkredit für eine solche Sanierung gibt es ab einem effektiven Jahreszins von 0,01%. Hinzu kommt noch ein Tilgungszuschuss, abhängig von der erreichten Effizienzhausklasse. Wenn ihr beispielsweise durch die Sanierung ein Effizienzhaus 40 erreicht, erhaltet ihr einen Tilgungszuschuss von 20%, bei der nächsthöheren Klasse sogar 25%. Einen Bonustilgungszuschuss gibt es, wenn man ein Haus saniert, das zuvor zu den ineffizientesten 25% der Gebäude Deutschlands gehörte. Auch die Höhe des Kredits hängt von der angestrebten Effizienzhausklasse ab. Maximal gibt es 150.000 Euro pro Wohneinheit. Übrigens gibt es auch hier eine tilgungsfreie Zeit. Interessiert ihr euch für die KfW-Förderkredite, dann sprecht mit eurem Bankberater. Die Kredite beantragt nämlich nicht ihr direkt bei der KfW, sondern über eure kreditgebende Bank. Das ist nur eine der Möglichkeiten, Zulagen für energetische Maßnahmen vom Staat zu bekommen. In unserem kompletten Video zu diesem Thema haben wir noch weitere Optionen beschrieben. Wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und folgt unserem Kanal, wenn ihr auch in anderen Bereichen eures Lebens 50% sparen wollt. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Video.